So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Mein Name ist Magnetone und ich wurde bestochen, um diese Begrüßung zu machen. Sonst hätte ich das ja wohl kaum getan. Naja, viel Spaß mit der Folge oder so. Danke, Magnetone. Gebt ja bloß nicht so viel Mühe. Alles klar, auf jeden Fall haben wir ja in dem letzten Part Team Charm endlich mal getroffen, nach Ewigkeiten, nachdem wir die Bonus-Episode gesehen haben. Und wir sollten ja jetzt dieses Rätsel gelöst haben mit allen inkognitiven Buchstaben, schätze ich mal. Ja, genau, und die Buchstaben haben wir alle dabei. Ja, dann müsste es jetzt funktionieren, oder? Oder? Äh, die Inkognitosteine. Schatzbeutel reagieren. Die aktivierte Inkognitosteine werden vom Steinweg-Saber absorbiert. Wegweiser, Wegsaber, Wegsaber. Hm. Boom. Aha, aha, aha. Der Steinwegweiser ist verschwunden und hat eine versteckte Treppe feigelegt. Cool. Schöne Idee. Ähm, ja, ich möchte weitergehen. Das heißt also, die Rejais-Kammer. Oh, ich ahne, wo das hinführen wird. Also müssen wir bald auch noch Rage the Sting und Rage the Rock bekämpfen, nehme ich stark an. Alles klar, wir wissen mal, wie tief das hier geht. Wenn ihr weitergehen wollt, zeigt, dass ihr auch die Kraft dazu habt. Hm, okay, alles klar. Gar kein Problem, Rejais. Gut, sonderlich viel Text hattest du jetzt nicht. Das hätte ich mir auch sparen können, die eine eigene Stimme zu geben. Bitte, 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 bitte. Warte kurz, wir werden ja angucken. Ja, aber noch, okay. Schade. Nun, was mache ich denn mit dir, mein Freund? Ähm, ich werfe dich einfach so ab. Und es trifft nicht. Es trifft nicht. Nein. Ähm. Ich denke mal, der wird nicht viel auf dem Kasten haben. Oh Gott, nein, doch nicht in Rejquaza rein. Ähm. Okay, das tat dann doch ein bisschen weh. Das hat mir Schmerzen zugefügt. Ich werfe dich trotzdem einfach so an. Bam. Bam, wenn er die Hälfte seiner... Oh nein, jetzt geht doch aus dem Weg da, Rejquaza. Ähm. Warte, wenn das die Hälfte seiner KP war, müsste er jetzt down sein. Nein, ist aber nicht. Ähm. Okay, pass auf, wir machen es doch mal hier mit Jan. Sollte ich wieder mal? Soll ich? Soll ich oder soll ich nicht? Ach komm, das halten wir noch aus. Ein paar Schläge. Rejquaza, auf dem mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Hier. Moin, moin, moin. Boom. Okay, komm. Elegant. Gelöst. Boi. Boi. Oh, jetzt. Absorbieren wir die Kraft für Rejice. Ein mysteriöses Licht umhüllt Chris. Der Torwächter gewährt seine Erlaubnis. Der Torwächter. Oh, wie cool. Ja, die Golem sind so perfekt, um Torwächter zu spielen, finde ich. Ding. Wuhu. Okay, und jetzt sind wir wahrscheinlich in der Retro-Kammer, so wie das aussieht. Das war gute Arbeit. Ach, sieh mal eine an. Ich glaube nicht. Sonst hätten wir ja nichts zu tun, wenn ihr das alles machen würdet. Wo ist denn das andere Team? Warum steht ihr hier so lustig rum? Ähm, okay. Jan, du das erstmal wieder. Ach, wieso kann man das nur im Dungeon umstrukturieren? Das ist irgendwie ein bisschen dämlich gemacht. Aber naja. Der Steinweg prüge. Das sind seltsame geformte Riener darauf. Ähm, das ist ein R, ein O. Schon wieder ein C oder G, wie auch immer. R, O, K. R, O, C, K. Ähm, nein, habe ich nicht. Oder? Gucken wir doch mal. Schauen wir mal. Ähm, wir haben... Das haben wir schon, okay. Oh, nix davon. Kein R, kein K und kein O. Kein R, kein A. Kein K und kein O. Na gut. R, K, O. R, K, O. Merken wir uns. R, K und O. R, K, O. R, K, O. Genau. R geht K, O. So merke ich mir das jetzt quasi. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen hier erstmal auf den Ebenen um. Weil wie gesagt, müssen wir ja gucken, dass wir... Schon wieder irgendwelche Remixe von Ultimate Mystery Dungeon Liedern hier. R geht K, O. So kann ich mir das wirklich gut merken. So, E-Körgmitos. Wo seid ihr? Oh, da sind... Da ist ein K, auf jeden Fall. K, willkommen. Oh Gott, verdammt. Jan hat ja noch den... Den Ladungsstoß-Agilität-Zeug an. Das Ladungsstoß-Agilität-Zeug. Lasst es bitte bleiben, Jan. Das muss dann doch jetzt nicht sein. Aber schön, dass du dran gedacht hast. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwie auf einmal... Achso, ich habe den Charakter gewechselt. Das geht ja so auch. Ich vergesse... Das kann ich mir auch irgendwie nie merken. Äh, was hat Ray eigentlich angewählt? Alles aus den Drei-Hunterns. Okay. Boom, bitte lass den Buchstaben fallen. Nein, das war natürlich nicht. Aber gut, das S hatten wir... Oder Z hatten wir auch noch nicht. Was ist das da unten? Ein V. Ich weiß ja nicht, was wir später noch brauchen. Ich werde sowieso wahrscheinlich alles irgendwie an Items mitnehmen, was ich hier reinkriege. Du bist ein S. Möchte ein Steam-Off genommen werden? Nein, ich möchte kein Inkognito-S haben. Ich möchte ein R und ein K.O. Er ging K.O. Er ging sowas von K.O. Aber leider ging er so K.O., dass er jetzt nicht mehr dazu in der Lage ist, mir irgendwelche andere Buchstaben zu geben. Da liegt auf jeden Fall noch was. Guck mal. Ein Schwundsamen. Ne, danke. I don't need it. Du, 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 du. Du hast wieder ein K. Gib mir deine Buchstaben. Give me your soul. Warum? Und schon wieder ein S oder ein Z oder was auch immer. I don't like this. Und da ist der andere Buchstabe, den wir schon haben und nicht nochmal brauchen. Hallo und tschüss. Und tschüss, sagte ich. Ding, 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 ding. Gut, warten wir nochmal. Vielleicht kommt noch ein K vorbei oder so. Äh, du bist ein D. I don't need it, D. Zack. Naja, egal. Komm, nehmen wir mal nicht mit. Ich wollte gerade sagen, nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir es ja noch für später oder so. Ähm, irgendwas Unnützes, was ich dafür weglegen kann. Ein Schlafsamen. Zack. So, aber jetzt... Ah, ich wollte nicht runtergehen. Verdammig. Ein A. Schon wieder ein A. Wir haben schon ein A. Ich kaufe ein A. Nein, ich kaufe keinen A. Hier, geh weg, A. Ah, da haben wir ihn gekillt. Mit einem Schrei. Mit einem Schrei gekillt. Ja, fast. Okay, dann warten wir mal ein bisschen. Die kommt noch heute. Siebel wäre auf. Oh Gott, wie er direkt auf den Gegner draufstürmt. Man Rayquaza, bleib doch mal ruhig. Was ist das für ein Buchstabe? What is this? Ein T. Haben wir auch noch nicht. Wir nehmen mal mit. Kann ja nicht schaden. Ich hätte aber gerne lieber die Buchstaben, die ich auch wirklich brauche. Sag mal, was ist Rayquaza eigentlich gestellt? Du fällst den Gegner hinterher? Aber das kommt mir ein bisschen komisch vor. Aha, wollte ich doch sagen. Irgendwas an Rayquaza ist komisch. Habe ich wohl vergessen, dass ich es so eingestellt habe. Ein Maschok jetzt sogar schon. Nee, also... Mit solchen Pokémon braucht ihr mir gar nicht erst kommen. Ich will nur Ikognitos. Machen wir lieber auf der unteren Treppe, damit unser Magen nicht so schnell leer geht. Ähm, das ist schon wieder dieser Buchstabe. Mann, lass mich in Ruhe mit deinem G oder C. Wohl eher ein G, glaube ich, schon fast. Keine Ahnung. Nein, ich möchte dich nicht aufnehmen. Reicht schon, wenn ich gerade sowieso aufnehme. Oh, sorry. Sorry, ich schlage mich ja schon selbst. Nach der Aufnahme, vielleicht. Oh, was denn los hier, Kinder? Wo bleibt ihr alle? Flaresam. Da ein O. No, oh, 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 K.O. Ah, endlich. Irgendwas mal etwas. Okay, tauschen. Gegen den Schwundsamen. R ging K.O. Das heißt doch, ein R und ein K fehlt. Also, wo das K ist, wissen wir ja. R haben wir noch gar nicht gesehen jetzt. Hast du nur schon wieder ein O. Du bist ein O again. Oh, 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 oh. Oh, weia. Ja, genau. Was ist das denn? Das ist schon wieder ein V. Die. Ne, ist das ein V? Weiß ich gerade gar nicht. Könnte gut sein. Auf jeden Fall etwas, was ich nicht benötige. Ganz offensichtlich. Wie man gerade effektiv gesehen hat. Schwindelig vor Hunger. Gut, das heißt wieder ein Glück, dass sich die nicht aktiviert hat. Äh. Schon wieder zwei von euch. Mann. Lasst mich doch mal in Ruhe. Upsala. Sorry. Dies war keine Absicht. Da hinten schon wieder unten irgendwas. Ding, 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 ding. Vielleicht hast du vielleicht was fallen lassen da unten? Schon wieder ein O nur. Höhöhöhöhöh. Nein. Haben wir doch alles bereits. Haben wir doch alles bereits, meine Kinder der Nacht. Das gibt es doch. Oh, guck mal, da liegt ein Zettel. Da ist etwas vor dem Steinwegweiser. Es scheint ein Brief zu sein. Chris lief den Brief. An Team Silva. Wie versprochen haben wir diese Rätsel schon gelöst. Wir gehen weiter voraus. Ach so, das muss jeder für sich selbst lösen. Bei diesem Rennen wird sich zeigen, wer die besseren Schatzjäger sind. Äh. Ich muss nochmal eben nachgucken. Brauche ich wirklich noch? Äh. R und K. Ja. Fehlen leider. Zwei. Aber verdammt, ich wollte nicht. Was? Ach so, ich wollte schon sagen. Ich, das stimmt, das ist ja immer passiert am Anfang. Nochmal zur Sicherheit schauen. Oh. Und das hier. Ja, R und K. R und K. Gut. Dann nochmal runter. Ja, 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 ja. Ist ein bisschen zeitaufwendig. Nicht wahr, aber... Was sein muss, muss sein. Hm. Was bist du denn? Hä? Hast du einen Punkt? Wie das für eine Kognitose begann? Ja, Kant. Huch. Was war das denn? Ein Tee ist da auf jeden Fall. Ich hätte gerne einen Tee. Ich trinke einen Sekt vielleicht. Nein, aber einen Tee. Bam, bam. Ein Gelbgummi sogar oder Goldgummi? Gelbgummi sogar. Ja, Mensch. Guck mal. Hier, lass es dir schmecken, Jan. Schmeckt sehr gut. Und der IQ steigt ins Unermessliche. Again, mal wieder. Jan wird noch zur richtigen Intelligenz. Bestie, das ist ein M. Nein, ein M benötige ich auch nicht. Aber gut, dass du mir die trotzdem gibst. Wie gesagt, vorsichtshalber. Vielleicht brauchen wir danach. Also danach wird wahrscheinlich sowieso noch ein Rätsel kommen, weil Reggie Steele gibt es ja auch noch. Also hier auf der Ebene gab es auf jeden Fall K. Also wir bleiben mal schön hier, bis wir ein K finden. Coole Rätselidee, aber leider doch ein bisschen zäh, muss ich sagen. Was hast du schon wieder? Ne, du bist ein V. Oder was? Ne, du hast ein Tee. Du warst ein Tee, da habe ich mich doch glatt verguckt. Du bist wieder ein M. Nein, ich möchte dich nicht ins Team aufnehmen. Verdammt. Außer du kannst mir andere Steine besorgen. Wieder ein M. Was soll denn dies? Da, das ist das Icognito von eben. Das ist ein komisches Schlüssel, Icognito. Ganz seltsame Genosse da. Den haben wir ja schon mehrmals. Also der muss in echt nicht weitere Male kommen. Düp, 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 düp. Was haben wir da schon? Wieder ein Tee. Kann es sein, dass sich das immer neu mischt? Hm. Ein Icognito warten wir noch ab auf der Ebene hier, würde ich sagen. Dann gehen wir weiter. Schon wieder der Schlüssel. Komm mal. Mann, jetzt hat er den Samen wieder aufgehoben. Das ist gut für einer. Ach, wieder das Buchstabteil, das wir eh schon haben. Ach, ein Schlüssel. Klar, das ist das Q, ist das, glaube ich. Das Q ist dieser angebliche Schlüssel. Das gibt es ja auch noch. Ding, 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 ding. Es wird immer noch das R und immer noch das K, liebe Leute. Das ist doch nicht wahr. Gleich haben wir das ganze Alphabet und ein L haben wir auch schon. Leute, bitte. Incognitos, seid doch nicht so gemein zu mir. Was ist du denn? Ich will das Q. Nee, du bist... Ach Gott, was ist du denn nochmal? Das ist P. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir dich mit. Ding, 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 ding. Ja, langsam wird es ein bisschen eng. Ich nehme... Einen meiner 5 Trilliarden Äpfel. Da unten ist ein R. Sehr gut. Alles klar. Hallo R, ich brauche dich. Boom, da brauche ich gleich nur noch ein K. Nein, nur das hatte nichts drin. Warum? Oh, Leute. Hallo, du bist B. Hatten wir doch eben doch schon gehabt, oder nicht? Ja. Ich will doch nur den Buchstaben haben. Dass ich auch die ganze Zeit meine Items einsammeln müssen, gefällt mir überhaupt nicht, weil wahrscheinlich sinkt dann die Chance, dass die ja ein eigenes Item droppen, was logisch ist. Was leider doch sehr logisch ist. Schon wieder hast du mit P nur. Du hast meinen Apfel aufgehoben. Möchtest du das aufnehmen? Nein, möchte ich nicht. Bim, 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 bim. Und da löst sich schon fast meine Link-Attacke. Was ist das schon wieder da oben? Oh, nur. Mann, ey. Kommt schon. Und ich habe nicht vor, den ganzen Party da dran zu sitzen. Da ist schon wieder ein... Oder? Bist du ein K oder ein R? Ich habe es gerade nicht so ganz erkannt. Auf jeden Fall gibst du mir eh nicht wieder einen Buchstaben an. Jetzt lasst doch eure Kack-Buchstaben fallen. Wie gesagt, eine interessante Rätsel, die ist aber viel zu zäh. Man sollte dann, wenn man sowas schon einbaut, bitte eine 100%ige Droprate geben. Das ist ja furchtbar. Super, jetzt lässt du deinen eigenen Stein nicht fallen, weil du den hier aufgehoben hast. Na, toll. Da oben ist schon wieder ein R. Jetzt lass deine Buchstaben fallen, Kumpel. Lass ihn fallen. Ach, geht doch. Brr, okay. Hätten wir das. Ähm. Ja, was lasse ich dafür? Die schicke Box. Fehlen uns immer noch ein K. Ein K, uns fehlt ein K, ein H hätten wir da auf jeden Fall schon mal. Also ich denke mal, das nächste sollte dann auf jeden Fall schnell gehen, weil wir dann so ziemlich die Buchstaben schon zu haben scheinen. Ein K, fehlt das wirklich noch ein K? Guck ich doch mal. Ich habe ein R. Ähm, guck mal, was wo was sortiert hat. R, B, Q, R, S, T. Also ein R habe ich. Ein O. Und ein A, B, C. Das ist entweder ein C. Das ist ein C. Das ist auf jeden Fall ein C, sehe ich gerade, weil das hier ist ein D und das da unten ist ein B. Das heißt, das ist ein C. Okay, wir haben das C, wir haben das O und das R. Das fehlt immer noch das verdammte K, oder? Ja. Leider. Leider, leider, leider. Du bist ein K. Bleib stehen. Gib mir deinen Buchstaben, Kumpel. Kumpel. Kumpel, gib mir deinen Buch... Gib mir deinen Buchstaben. Mh, 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 mh. Grrrrrrrrrrrrrr. Du bist ein Gummi. Okay. Dann... Hier, Jan. Guten Hunger. Mh, 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 mh. Schmeckt nicht schlecht, Mann, ne? So, dann warten wir wieder hier. Du bist leider wieder nur ein C. Geh weg. Oh Gott, ich habe bald keine AP mehr. Sehr furchtbar. Tü, 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 tüm. Der Eisstrahl, der Eisstrahl. Boom. Ding, 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 ding. Okay, bitte ein K. Ich kaufe ein K. Ich würde gerne ein K kaufen. Dichter zum Beispiel. Du bist schon wieder ein R. Die brauche ich nicht. Ich lasse mir gar nichts mehr fallen. Du bist schon wieder ein R. Dung, 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 dung. Du bist ein K. Dich brauche ich. Nicht das R. Das R habe ich schon. Lass dich fallen, Kumpel. Lass dich doch einfach mal fallen, Mann. Das ist schon das vierte K gewesen. Golbert, ja. Das ist auch mal wieder random, wenn ihr so ein Po rum in deine Gegend kommt. Nini, 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 nini. Das ist schon wieder ein R. Die ganzen R ist immer. No, no, no. Ich brauche doch nur ein K. Und nicht schon wieder ein C. Also C ist hier echt ohne Ende. Liegt wo daran, dass ich Chris heiße. Who knows? Nein, stopp, stopp, stopp. Bevor wir den darauf treten lassen. Bitte lass deinen Buchstaben fallen. Du bist ein nettes K, Incognito, oder? Meine Attacken, Leute. Ich glaube es kaum. Damm, damm. Es ist doch nicht die Wahrheit. Immer noch nicht fallen gelassen. Das ist schon wieder ein K, der den Stein aufgehoben hat. Ja, super. Jetzt kannst du deinen eigenen Buchstaben nicht aufsammeln, ne? Nee. Kann man das bitte mal irgendwie so hinstellen, dass... Ja, das ist mir ein H. Ja, bald liegt hier alles voller. Nee, es ist schon wieder nur ein Zinsbuchstabe. I don't need this. Oh, schwindelig vor Hunger. Hier wieder nur ein C. Der Part ist bald vorbei, Leute. Und wir haben eigentlich kaum was Sinnvolles gemacht. 2R. Nein. Ich brauche keine 2R. Jetzt kommen die R ohne Ende, weißt du? Aber... Da ich sie wirklich benötigt habe... Ja, das ist mein Magen leer. Sehr, sehr zäh. Da ist schon wieder ein K. Okay. Nein, nein. Ich habe die Linkattacke benutzt. Ich depp reflexartig. Und es hat noch nicht mal was gebracht. Och, komm schon. Könnt ihr jetzt mal dieses dämliche K sein dumm Buchstaben droppen? Ich kriege einen Anfall hier, ne? Das ist... Da oben ist wieder ein K. Bitte. Liebes K. Lieber Buchstabe K. Sei nett zu mir. Oh, Mann. Komm, das war jetzt bestimmt das siebte K schon. Ich werde schon fast aus dem Dungeon gepustet, solange bin ich schon hier. So, ein Incorporator warte ich noch ab. Okay, und tschüss. Wie gesagt, interessante Idee, aber... Naja. Dann sollte man dem bitte auch eine hundertprozentige Droprate geben und nicht irgendwie zwei. Jedenfalls bei den Buchstaben, bei denen man braucht. Okay. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Na, ich weiß denn, hätten wir keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich jetzt noch da geblieben wäre. Naja. An der Umsetzung scheitert es dann doch ein bisschen. Was ist dahinter? Ein X. Jetzt sterbe ich ja noch fast, oder was? Dimm, 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 treff mal das Icognito. Nein, ich möchte dich nicht in mein Team aufnehmen. Zack. Zack. Ich möchte auch dich nicht in's Team aufnehmen, liebes X. Ich will da nur ein K haben. Mann. Gib mir doch einfach diesen Buchst... Da, du, drop deinen Buchstaben, oder ich fress dich. Nein, ich will dich nicht in dein Team. Ich will deine Buchstaben. Arrg. Mann, was ist denn das? Das ist doch wohl nicht die Möglichkeit. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, ist es denn wahr? Scheinbar ja. Jetzt haben wir noch ein X gefunden. Ich glaub's ja nicht. Das brauchen wir aber nicht. Hm. Ich hab nichts mehr, was ich dafür liegen lassen kann. Eine Sinelbeere. Hier, bitteschön. Viel Spaß damit und so. Könnte jetzt... bitte das K seinen Buchstaben droppen. Liebes, liebes K. Du bist doch so ein toller und wunderschöner, wohlgeformter Buchstabe. Du möchtest doch bestimmt deine wunderbare... Äh, Ausstrahlung mit uns teilen, nicht wahr? Ding Dong, Ding Dong, Ding. Hallo, oh. Oh, ein Oh. Nein, ich möchte dich nicht in's Team aufnehmen. Lass mich alle in Ruhe, Ikognito. Du bist immer noch kein K. Du bist ein verdammtes C. Du bist ein K. Gib mir deine Buchstaben. Oder sonst was. Gib mir deine Buchstaben, meine ich, natürlich. Oh, Himmel. Wurde ja mal Zeit. Gut, ähm... Trotzdem hab ich langsam nicht mehr so viel, was ich wegschmeißen könnte. Hm, Flea Orb. Na gut, meinetwegen. Äh, Leute. Wie gesagt, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Bitte jetzt... Bitte hatet mich nicht, dadurch, wie ich mich jetzt hier gerade aufgeregt habe. Aber es ist meine Meinung. Ich finde, das Rätsel ist eine coole Idee, aber doch sehr zäh. Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich gesagt, das wäre total schlecht. Ist es nämlich nicht. Es ist cool, aber... Naja. Ein Q. Guck mal. Ein Q. Das steht nämlich auch für... Das Q steht für cool. What? Ja, genau. Das tut es. Das nehmen wir uns auch noch mal mit. Einfach, weil wir nie... Nein. Lass mich in Ruhe. Weil wir nie genau wissen können, ob wir das noch mal brauchen. A, B, C, D. Äh, ich hab zwei C. Ja, dann weg damit. Okay. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong. Bitte bringen mich direkt zur Treppe. Dankeschön. Guck mal. A, B, C, D. I haben wir nicht. F. Ah, das ist ein F, glaube ich, ne? F. Ja, das ist ein F. G haben wir auch nicht. I, H. Wir haben kein H. Wir haben nur ein H besiegt. Aber es hat kein Buchstaben gefordert. J, K, L, M, N fehlt. O, P haben wir auch nicht. Q haben wir R. S, T, U haben wir auch nicht. V haben wir nicht. X, Y auch nicht. Aber ein Z. Jedenfalls ziemlich viele Buchstaben. Das heißt, ein F und kein P. Richtig, klar. Logisch. Logisch. Ich hab mir den Tritt auf die Sinebeere. Das ist schön für Inkognito. So. Jetzt sollten wir das Rätsel aber gelöst haben. Chris überprüft das. Und wir machen die Augen zu. Blah, 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 blam. Chris folgt den Anweisungen. Boing. Die Inkognito-Schrift. R, O, C und K. Also Rock quasi. Ach so. Das vorher war... Ach klar. Das vorher war ein C. Also für Eis. Rock. Das heißt, wir müssen gleich das Wort Steel bilden. Wir brauchen also zwei E. Hm, 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 hm. Wir werden nicht daran vorbeikommen, nochmal etwas zu machen. Alles klar. Rock. Ja, Logisch. Hätte auch vorher drauf kommen können, dass das natürlich für die Golems steht. Die Regi-Rock-Kammer. Hi, mein Guter. Na, wie geht's dir? Ding, ding. Ich hab leider die Link-Attacke gelöst. Das heißt, ich bin etwas dumm. Mh, hm, hm. Egal. Ähm, ich werde dich auf jeden Fall schön attackieren. Mittels meiner Hydro-Pumpe. Fällst du davon. So, jetzt bist du nochmal schön bereit. Alles klar. Jetzt können wir dich gut zusammen angreifen. Dong, 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 dong. Tut mir ein bisschen leid für dich. Lantikra, aber auf Jan auch noch. Warum auch noch Jan? Ja, solange er seine Werte nicht erhöht, ist das in Ordnung. Ja, das ist nicht erhöht, also ist das in Ordnung. Boom, boom. Jetzt nehmen wir wieder die Seele des Torwächters in uns auf jeden Fall. Sieht das ein bisschen danach aus. Mysteriöses Licht umhüllt Christ. Der Torwächter gewährt seine Erlaubnis. Na, Mensch, ich danke dir vielmals. Plopp. Wie so eine Tür, die einfach aufgesippt wird. Vielleicht müssen wir noch Regi Gigas bekämpfen, fällt mir gerade auf. Also müssen wir vielleicht noch das Wort Giga bilden. Also, lass mir raten. Stil, ne? Hm, Stil. Ja, hätte das gedacht. S, T, E, L. Hm. Was fehlt da uns von? Die Es wahrscheinlich, ne? Also, wir haben... Wir haben ein T, ein S... ...und ein L. Ja, uns fehlen die Es. Zwei Es fehlen uns eigentlich nur. Das ist doch mal angenehm. Gut, Leute, ich würde aber sagen, das machen wir erst beim nächsten Mal. Bei Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Wenn es hier weitergeht in den Ruinen. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020